hey leute und willkommen zurück zu let's play wo w mit unserem paladin ja wir waren in der letzten folge stehen geblieben wir sollten zu den alten piraten harry so sehen wir möchte dass ihr tötet und okay dann werden wir so mal alle töten so hier gibt es auch noch eine aufgabe für uns möchte dass ihr okay die nehmen wir auch noch an hier habe ich glaube ich auch noch eine gesehen oder aber doch da auf dem schiff auf dem schiff ist noch eine aufgabe auf dem schiff da ist auch noch eine aufgabe was kriegen wir denn hier möchte dass ihr tanfung besorgt als hauptstandteil mich ja okay so alles klärchen dann gucken wir mal kurz müssen wir den da töten nehmen machen wir erstmal ihn hier sind hier im wasser müssen wir den ich auch besiegen gucken wir mal kommen ja ich glaube ich brauche manne ich glaube ich brauche ich bin mir zwar nicht ganz sicher aber ich glaube schon also gucken wir mal so genau den brauchen wir brauchen noch das ist bestimmte unten im frack genau frack ihr wisst was ich meine das schiff fragt genau da ist das eine was wir brauchen gucken ob wir an den haien vorbeikommen dann kommen natürlich nicht vorbei dann würde ich mal mit da komm du gleich hoch auch entkommen ist okay so kann man die vase genau und die figur ist im anderen schiff so jetzt ich hasse es im wasser zu kämpfen so haben wir dann sollen wir mal die vase ein zack sehr schön das wird aber knapp mit unseren mit unserer luft müssen wir hin da müssen wir ausgehen vielleicht schaffen was ja noch ja ist klar die ist bestimmt auch unten drin schon gleich mal hier durch da ist doch oder ja da kommt das schaffen wir auch mit der luft das schaffen wir locker so zack und ich nur kurz tot ich glaube ihr hört gar keinen sound da müssen wir muss ich nach einmal vielleicht noch mal den sound einstellen dass ein bisschen lauter ist kleines bisschen weil ich nehme jetzt immer direkt den sound auf den ich auch höre so müsste es eigentlich okay sein bin ich der meinung so und dann machen wir mal hoch dann schwimmen wir mal jetzt bevor die aufgaben abgeben machen natürlich auch noch schnell die aufgabe falscher vogel falsches mount so jetzt du kannst aber fliegen so tarn von fetten robbe ok bisschen dran wo sind denn die fetten robben das ist ein bär das ist keine robbe wo sind die fetten robben wenn man sie braucht so hinter dem wasser da da ist die fetter auf der fetten robben da kommen wir für der dann wollte ich mal so und zack zack sehr schön das haben wir dich auch dann können wir gleich auf monten gleich auf monten die aufgaben abgeben kommen wir das in erz und auch mal schnell und brauche schöne punkte sagt so was schönes blaues ein edelstein ans marag so dann gehen wir mal schnell die aufgaben ab zusammen greift er mich denn an so erstmal hier rein hallo jetzt haben aber aufgaben ohne ende auf dann so weil die haben auch noch eine aufgabe abzugeben alles gut und hier auch noch so dann gehen wir mal das tragen der dicken robbe direkt ab bist du denn nur hier ja mir geht's gut und dir wünsche ich dir auch so was haben wir hier die schulden nach er hat noch schulden glaubt ihr müssen wir direkt bei ihnen eintreiben da haben wir schon mal die aufgabe dann brauchen wir jetzt bisschen was von den bären was können wir jetzt schnell hier oben machen die laufen hier rum die horde ist auch am start bestimmt schon alle bären gekillt komm her ja du auch du kommst auch hier her weder killt uns aber wir haben auch gar kein kriegsmodus auch nicht was gar nicht ob die kriegsmodus schon anstellen können talente den können wir echt schon anstellen dann kriegen wir zehn prozent mehr verordnen müssen wir nicht anstellen auf jeden fall in der nächsten folge müssen wir den anstellen so da gab es nichts müssen wir die überhaupt töten doch das kriegen wir doch von denen ja komm her du kommst gleich mal dazu zu unserer netten runde hier jetzt gibt uns doch mal hier was wir wollten heute noch ein bisschen was schaffen ja einer das ist sehr schön da sind schon die nächsten bären dann wollen wir mal und dann lassen wir den hammer kreiseln schild schlag sagt alles was schaden mache raus hier so haben wir den ersten auch schon besiegt und weiter geht's ich brauche noch zwei mal los wir wollen ein bisschen noch was schaffen in dieser folge hier ist nichts mehr da kommt nicht ziemlich auch noch mit zack so setzen wir die weile dann lassen wir mal die hammer kreiseln schild schlag schild wurf zack zack sehr schön nix dabei nix dabei das ist auch noch ein bär da kommen da sind ein paar wären die können wir uns mal schnell holen zack du kommst mit du kommst mit du kommst sowieso mit und zack so so gucken drei bären zwei sachen brauchen wir noch von euch das könnte ja fast reichen aber ich glaube nicht bei unseren loot glück glaube ich das nicht doch sehr schön dann können wir gleich zur nächsten aufgabe was haben wir noch gefroren ach ja genau zack müssen wir in die höhle hier vorne bei der höhen eingang da war doch ich da vorne genau so rein in die höhle kreisen wir das luten wir können es beide luten sehr schön das ist doch gut so können wir die aufgabe gleich abgeben schläft gleich auch ich glaube der hat sein herrchen hier getötet das war doch glaube ich so was ist denn ein münch so was haben wir denn noch da die aufgabe können wir uns auch nochmal schnell angucken der stadt des sturmfuhrers ok sollen wir dann machen beschafft den stadt ok wo wir den stadt noch mal schnell beschaffen gehen oder haben wir nämlich wieder schön viele aufgaben fertig die wir dann abgeben können so können wir sprinten und dann gleich aufmonten und dann ist hier noch irgendwann er hat das nehmen wir natürlich auch mit 3000 erfahrungspunkte und zack dann fliegen wir erstmal kurz zum stab dass uns als erstes den stab holen bestimmt auf dem schiff bestimmt auf dem schiff wirst du den wo soll dieser stab sein stimmt unten oder so hier nicht stimmt unten im schiff sag ich doch da ist er so den stab haben auch dann können wir gleich wieder zurück laufen so und aufmonten eigentlich wollen wir jetzt nicht kämpfen ja folgst uns glaube ich nicht ich wollte schon sagen wir stellen uns einfach tot aber wir sind ja gar nicht der hier acht erfolgt uns woher sagt warum stimmt da so schnell so jetzt in den los gewohnt jetzt können wir noch mal schnell auf das schiff glaube ich das ist das hier was die ganze zeit in kreis fährt so so denn so denn ich sehe noch aufgaben ist doch hier ist das schiff hier was ihren seiten kreis wird da hinten oder naja wir gehen erstmal schnell die aufgaben ab und dann gucken wir was passiert hier können wir die erste aufgabe abgeben die schulden hallo so können wir hier noch was abgeben nähe oben nur so aber hier noch was besogen hier drin hat einer auch noch schulden so ich glaube da oben der typ hat auch noch schulden die olga hat schulden so aber wenn ihr sehen wollt wie wir die schulden bei olga eintreiben das seht ihr in der nächsten folge nächste woche ich danke euch fürs zuschauen lasst kommentare da feedback aber wenn es euch gefallen hat würde mich freuen ich danke fürs zuschauen auf wiedersehen und tschüss